Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schneid mir die Haare Wir haben kein Geld, also können wir uns auch nichts leisten So einfach sind die Verhältnisse Paula, Schluss, jetzt hör sofort auf zu telefonieren Agustina hat Krebs Du hast Krebs, Agustina Einen großen Applaus für Agustina Ich hab grad von meinem Sohn erzählt Sie haben mal wieder gedroht, ihn von der Schule zu werfen Was sagst du dazu? Er hat seinem Religionslehrer die Reifen zerstochen Hier riecht sehr merkwürdig Fast so, als wäre Mama gerade hier gewesen Und hätte einen fahren lassen Riecht ihr das nicht? Wollt ihr auch mal ziehen? Nein, 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 nein Das hab ich selbst angebaut, das sind ganz tolle Pflanzen Nein, nein, nein Ich war verrückt nach deinem Vater Und er hat's ausgenutzt Er hat mich bis zum letzten Tag seines Lebens betrogen Wird ihr uns auch erscheinen? Ich hoffe nicht Wenn's dir nicht um ne schnelle Nummer geht, was willst du denn dann von mir? Fahr mit mir runter zum Fluss Grab ein Loch, verbudle die Tiefkühltruhe und stell keine Fragen Wo ist die Russin? Was für eine Russe? Ach, die hab ich als Aushilfe eingestellt Versteck dich, sonst findet dich meine Mutter Es tut sehr weh Wenn man als Mutter von seiner Tochter nicht geliebt wird Mit der Frente marchen die Tiefkühltruhe und stellten meine Mutter Mit der Frente marchen die Tiefkühltruhe und stellten meine Mutter Untertitelung des ZDF, 2020